Der Weg zum Strom Der Weg zum Strom Den Weg wählt jeder selber, denn der Mensch wählt seinen eigenen Weg und er entscheidet entweder richtig oder falsch. Der Weg zum Strom ist der Weg zum Leben und zu deinen Herzen. Aber du musst die Schmerzen ertragen und musst weitertragen und du musst dich selber weiterfragen. Was ich gemacht habe, aber der Weg zum Strom ist, ob du die Macht hast und ob du das richtig gemacht hast. Der Weg zum Strom und du fährst in den Urlaub nach Rom. Der Weg zum Strom, du fühlst dich angezogen. Du gehst deinen Weg mit dem Strom. Du lässt dich hinziehen, wo sich der Strom nur bewegt. Der Weg zum Strom kann sich in zwei Richtungen hinziehen lassen. Der Weg zum Strom entscheidest du selber. Der Weg zum Strom ist richtig oder falsch. Der Weg zum Strom findet deinen eigenen Weg. Der Weg zum Strom findet dein Herzen. Der Weg, der Weg, führt dich dorthin, wo du gehst. Du musst dich entscheiden, ob du richtig oder falsch gehst. Der Strom, der Strom ist das, was du bist. Der Weg zum Strom ist wie eine Suche. Der Weg zum Strom, du suchst in dein Leben. Der Weg zum Strom, der Weg zum Strom, führt dich zu deinem Herzen. Der Weg zum Strom, kann dich in die Einsamkeit führen.